Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Krümel Baut. Heute gibt es den zweiten Teil zu Kadas C61048, dem Phantasma. Der besteht aus 4.340 Teilen und ist im Maßstab von 1 zu 8. Das Ganze soll ein Königseck Jesko sein. Haben natürlich nicht die Lizenz von Königsecks, dementsprechend steht der Name hier nicht drauf. Und es ist kein Kada-Design, sondern ein Design von Dugald Cameron. Das ist übrigens der Bruder von Lachlan Cameron, den man auch ziemlich gut als Lox-Lego kennt. Da scheint das also in der Familie zu liegen, dass die gute Autos konstruieren können. Das Set ist unterteilt in 8 Bauschritte. Die ersten 4 habe ich im ersten Aufbau-Video zusammengezimmert. Heute kommen die anderen 4 dran. Ansonsten, was kann ich noch kurz sagen, es sind 2 dicke Bücher dabei. Das hier ist das eine. Ansonsten, ich habe euch den Karton schon im ersten Teil gezeigt. Wer sich dafür interessiert, kann ja gerne mal am Kanal gucken unter den Videos. Da findet ihr das. Wir haben leider blaue Pins verbaut. Blaue Dreierpins, blaue Axtpins. Ist nicht so schön. Aber mal gucken, wie viel wir da am Ende austauschen müssen. Oder ob versucht wurde, zumindest grob, die dann nach außen hin zu vermeiden. Die Anleitung sehr, sehr eindeutig. Also es sind keine großen Bauschritte. Es sind immer relativ wenige Teile. Wir haben eine Übersicht, was wohin soll. Mit Pfeilen wurde gearbeitet. Das Einzige, was bei Kader generell immer ein bisschen nervt ist, die drehen die Elemente ziemlich oft. Da kann man mal schnell vergessen, dass man da irgendwo mal hätte drehen müssen und sucht erstmal, welche Stelle sie meinen. Aber ansonsten, ich habe bisher keinen Fehler gefunden. Was mir aber halt, kann ich es gleich noch zeigen, aufgefallen ist. Es sind öfters mal hier so große Aufkleber drin. Hatte ich bis jetzt nicht. Ich habe es nur gesehen hier, dass ein Bauschritt F, weil es die letzte Seite ist, dass da immer mal noch Korrekturen vorgenommen wurden. Ja, aber wie gesagt, bisher sind mir keine Fehler vorgekommen oder aufgefallen. Teilequalität ist hervorragend. Selbst Zweierachsen halten. Von daher, ich kann mich bisher nicht beschweren. Gucken wir jetzt mal noch kurz, was wir bisher gebaut haben, denn das ist sehr interessant. Hier ist ein einzigartiges Getriebe drin. Einzigartig deswegen, weil ich wüsste kein Modell, was es drin hat. Das ist nämlich ein stufenloses Getriebe. Das heißt, wir haben nicht separat einzelne Übersetzungen, sondern theoretisch eine unendliche Variation an Übersetzungsmöglichkeiten. Wer sich dafür genau interessiert, kann das gerne mal googeln. Bei Wikipedia heißt es dann, glaube ich, CVT oder stufenloses Getriebe. Ganz genau habe ich es auch nicht verstanden, aber es scheint zu funktionieren. Ansonsten haben wir jede Menge Funktionen. Wir haben eine Lenkung, die man per Getriebe umschalten kann, das auch die Hinterachse leicht mit lenkt. Wir haben einen mitlaufenden V8-Mittelmotor. Wir haben Türmechanismus, der extrem aufwendig konstruiert wurde. Wir haben verstellbare Sitze. Wir haben mit Aktuatoren gesteuerte Klappen vorne und hinten. Für ein Auto extrem viel Technik drin. Auch eine sehr interessante Aufhängung, also Federung vorne und hinten. Ihr seht es vielleicht schon. Es sind nicht nur die einfachen Stoßdämpfer, sondern auch nochmal lange Streben quer gezogen, die dann auch nochmal, wenn wir hier gucken, wenn da extra Verbindungen quer sind. Also wirklich sehr, sehr interessant bisher zu bauen gewesen. Ja, reicht eigentlich, oder? Wie gesagt, wenn ihr euch für den Teil interessiert, dann einfach das andere Video gucken. Da habe ich das ziemlich ausführlich, meine Erfahrungen beim Aufbau, geschildert. Joa, soviel also erstmal dazu. Ich fange dann jetzt mit dem fünften Teil an und mit dem melde ich mich gleich zurück. Und der steht dann jetzt auch hier, ging weiter, hier an der Lenkung. Da hing ja hier bisher nur die Achse hoch. Und da kam jetzt noch ein Rahmen drum rum, dass das Ganze stabilisiert ist. Nochmal drei Zahnräder, die von der Mitte aus, eins, zwei, drei, die Lenkbewegung rüber zum Lenkrad legen. Und dann wurde das Ganze hier nochmal verkleidet. In der Mitte haben wir eine Mittelkonsole mit Fliesen, die übrigens sehr gut sind. Ich weiß gar nicht, wie kriege ich es? Da. Da sind keine Kratzer drauf, sie spiegeln, sie glänzen, alles schick. Kann man sich nicht beschweren. Kam jedenfalls auch noch dran. Sitzt auf zwei Noppen oder zwei Viertelpins, die auf einem Konnektor sitzen. Nichts Wildes. Ja, und dann kam hier oben nochmal ein Zahnrad dran, dass man dann hier ordentlich drehen kann. Dann ging es weiter nach vorne zur Front. Da haben wir angefangen, erstmal hier nochmal Technikrahmen rumzusetzen. Das Ganze ordentlich stabilisiert mit vielen Konnektoren. Und dann haben wir für die, die Teil 1 geguckt haben. Wir sind ja im Bauschritt 5. Und dann haben wir endlich die langen Achsen durchgeschoben, die die vorderen Federn befestigen. Jetzt muss ich es nur mal hochhalten. So, und zwar, wo sind sie? Hier gehen sie lang, zack, 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 bis hier hinter. Und hier der Liftarm, das, was er jetzt hier klappern hört, das ist die letzte Pin-Aufnahme von dem Liftarm, an dem die Federn hängen. Und hier unten haben wir dann die zweite Achse. Und dann seht ihr, da sitzen Zahnräder dran. Da können wir hier nochmal kleine Flügel, so ein bisschen, die nach unten ausfahren, um nochmal für bessere Aerodynamik zu sorgen. Wie das Ganze dann später von außen gesteuert wird, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Hier, beziehungsweise ich habe keine Ahnung, weil die zwei Achsen gehen ja durch. Hier sitzen die Zahnräder. Und dann seht ihr das ja, hier wird es umgelegt über das große Zahnrad auf die zwei Achsen, die dann zu den weißen Panels führen, die rausklappen. Ich weiß jetzt noch nicht wirklich, wie man das später am Modell einstellen soll. Irgendwo hatte ich mal ein Bild gesehen, da haben die das seitlich gemacht. Da bin ich echt mal gespannt, wie wir da nochmal rankommen. Aber, ja, wenn es soweit ist, werde ich es euch natürlich erzählen. Okay, wenn wir das fertig haben, einmal rumdrehen, haben wir wieder für die, die Teil 1 kennen. Ansonsten die Teil 1 nicht kennen. Dann müssen wir es dann nochmal rumdrehen. Wir haben hier einen Mechanismus, um, wie rum müssen wir drehen? So rum. Die Heckklappen hochzudrücken über die zwei Aktuatoren. So, ihr seht es, es geht hoch. Und gleichzeitig soll natürlich auch noch die Frontklappe hochgehen. Dementsprechend, ja, jetzt muss ich es mal wieder hochheben. Auf welcher Seite geht es lang? Auf der hier. Abba. So, hier. Von hier aus geht es über die Kardanengelenkeachsen einmal komplett durch das komplette Modell nach vorne. Und bis hierher. Von da aus haben wir dann jetzt weitergebaut. Wieder Kardanengelenke hoch hier zu dem Zahnrad. Von da aus wird es umgelenkt. Einmal quer rüber zu einem Aktuator. Und der schiebt dann die Frontklappe hoch, wenn wir hinten drehen. Dadurch, dass das ein ziemlich langer Weg ist, wird das Drehen dann auch echt schwer. Also, was heißt echt schwer? Ich kann es hier problemlos drehen. Aber man merkt schon, dass man ein bisschen Kraft braucht. Und es nicht mehr ganz so flüssig, flutschig, wie am Anfang zu drehen war, als es nur bis dahinter ging. Vom Aufbau her hier, da muss man halt gucken, dass man das mit den Achsen immer hinbekommt. Und die Zahnräder dazwischen halten. Aber das ist an sich eigentlich auch nichts Wildes. Es sitzt auf einem Pin ohne Friction. Also da auch relativ wenig Reibungsverluste. Wenig Reibungsverluste? Reibungs... Ihr wisst, was ich meine. Pin ohne Friction ist gut. Weniger Kraft. Wenn wir das dran haben, geht es hier an die Seiten. Nee, erstmal hier oben nach hinten. Hier kommt ein kleiner Aufbau drauf. Nichts Wildes. Viele halbe Liftarme oder diese T-Stücken, immer hälftebreit, werden hier dran gesetzt. Das Einzige ist, man muss einmal so ein Element von unten hier so durchstecken und dann nach oben drücken in eine Pinaufnahme. Das ist ein bisschen fummelig, aber auch nichts wirklich Wildes. Und dann geht es hier an die Seiten. Haben wir einmal in weiß so ein... Wie heißt das? Wedges oder so. Da... Na, wobei... Nee, es hält doch eigentlich ganz gut. Das sitzt nämlich nur hier auf zwei Noppen. Aber dafür hat es jetzt doch recht gut gehalten, muss ich sagen. Ja, wie muss es dran? So, zack. Und dann kommt hier ein Element aus Panels. Das jetzt soll wirklich falschrum sitzen. Und hier habe ich dann auch angefangen zu tauschen, denn die Axtpins sieht man von außen und in blau würde es doof aussehen. Habe ich halt schwarze genommen. Was man hier, weil ich ja eigentlich gesagt habe, die Teilequalität ist hervorragend auf dem Panel. Da ist ein bisschen Dreck drauf. Ich weiß nicht, ob man es runtergerubbelt bekommt. Ja, so spontan erstmal nicht. Aber da ist halt so ein Fleck drauf, was komischerweise auch viele Hersteller haben. Ich weiß nicht, ob das ein Produktionsproblem ist. Es ist aber halt unschön, gerade wenn es so weiß ist. Auf einem schwarzen würde es wahrscheinlich gar nicht auffallen. Aber auf einem weißen sieht man es dann doch recht deutlich. Ja, und dann zu guter Letzt. Hier die ganze obere Verkleidung. Und das Armaturenbrett samt Lenkrad kommt dran. Aber das sind auch nur Panels mit einem Liftarm dazwischen. Hier außen nochmal ein paar Konnektoren dran auf beiden Seiten, damit wir einen Ansatzpunkt haben. Für die ersten Softexits, die wir dann hier reinsetzen und quasi den Scheibenabschluss bilden. Ja, und dann sind wir mit Abschnitt 5 auch schon wieder durch. In Abschnitt F oder 6 verlassen wir dann mal die Welt der Funktion, sage ich mal. Und fangen an die Karosserie zu bauen. Das geht los hier vorne. Ihr seht es, hier ist eine riesen Lippe einmal drumherum. Das sind insgesamt 5 Elemente. Fängt an, hier das mittlere mit grünem Zierstreifen. Zack. Und ja, das wird auf zwei Pins dann hier unten drunter auf einen Liftarm drauf gesetzt. Danach kommen die zwei Elemente. Und dann geht es hier nach außen mit den grünen Flügeln dran. Und dann ist der untere Teil eigentlich auch schon wieder fertig. Dann wechseln wir nach hinten. Ich weiß nicht, warum sie das... Ich hätte es ja erstmal an der Front und dann am Heck gebaut, aber sie springen immer hin und her. Da haben wir seitlich Panels. Das ist ein Element. Wird erstmal unten... Also Konnektoren sind dahinter. Wird halt irgendwie alles wabbelig in Form gebaut. Dann steckt man einen Pin rein. Dann klappt man das nach oben. Befestigt das, dann wird es schon ein bisschen fester. Und dann baut man wieder weiter und irgendwann ist es dann richtig fest. Hier haben wir in Trans-Red die zwei kleinen Flügelelemente auf beiden Seiten. Und dann kommt hier nochmal in Weiß über Konnektoren halt. Ja, so eine Zierstange dazwischen, die dann auch später die weißen Soft-Exels hält. Hier bin ich echt beeindruckt, wie genau das passt. Also wenn ihr das hier seht, die Linienführung der Soft-Exels geht genau hier an den Panel so lang, dass das passt und dadurch wirklich rund erscheint. Das so genau hinzukriegen, bin ich halt auch immer wieder beeindruckt, wie das die Leute hinkriegen. Ja, und dann haben wir hier in der Mitte auch nochmal so ein Element, wo Soft-Exels zwischenhängen. Da ist es hier ein bisschen kompliziert, die reinzubekommen, weil man den Knick nach unten haben muss. Beziehungsweise, dass ihr auch durch die zwei Konnektoren soll. Da ist es, ja, ein bisschen gefummelt, dass das dann irgendwann richtig drin sitzt. Aber, so, so ein Schild wollen wir natürlich später auch mal sehen. Ja, wie gesagt, ein bisschen gefummelt. Dann haben wir das Heck wiederum soweit fertig und es geht wieder zur Front. Und, da kommt hier die Partie dran. Angefangen in der Mitte, sitzt es auf Konnektoren und hier drunter sitzen zwei Gummiliftarme, zweier lang. Auf die stecken wir dann die Panelzieher, da ist eine lange Achse drunter und biegen das ein bisschen nach hinten. Gummiliftarme, dafür sind sie da. Und befestigen das hier einfach nur mit einer Achse, wird von oben durchgesteckt. Hat aber den Nachteil, dass dadurch das Element hier, wird halt auseinander gebogen, ein bisschen Spiel bekommt. Ist aber jetzt nicht wirklich wild und dann kommt hier nochmal zum Abschluss in der Leiste dran. Was mir da aber aufgefallen ist, gerade hier im Licht, ich hoffe mal, ihr seht es in der Kamera. Das Panel wirkt ein wenig, ich sag mal, transparenter, als ob da nicht genug Farbe im Material ist, als das. Im Tageslicht sieht man es überhaupt nicht, aber so ganz leicht. Also, ich sag mal, wenn man nicht drauf achtet, kriegt man es wahrscheinlich gar nicht mit, aber, ja, ist ein bisschen schade. Könnte man jetzt halt gucken, ob es irgendwo anders nochmal an unwichtigerer Stelle vorkommt, dann könnte man es vielleicht tauschen. Ich glaube, nee, das sind alles die Kleinen, damit es nicht ganz so an der Front drauf ist. Aber, ja, wenn man es nicht weiß, man kriegt es eigentlich vor allen Dingen im Tageslicht kaum mit. Hier ist jetzt wirklich LED-Strahlung, da ist das eh immer, oder Strahler, da wirkt das eh immer noch ein bisschen anders. Und dann kommen hier die Seiten dran. Erstmal Liftarme dran, damit wir eine Befestigung haben für die angedeuteten LEDs später, also die Lampen. Und die Penels hier. Ich habe dann wieder getauscht. Hier wäre eigentlich auch wieder blau und blau und hier unten auch blau. Nehmt euch wirklich. Mein Tipp, kauft euch irgendwann irgendwo, ich weiß nicht, bei Joygit zum Beispiel oder bei AliExpress oder irgendwo. Besorgt euch, gebt 50 Euro aus und besorgt euch 500 Dreierpins, 500 Axtpins und dann tauscht das immer aus, damit ihr ja nicht dieses Blau überall habt. So als Tipp von mir, vom Aufbau her, ja, wird hier auf zwei Pins drauf gesteckt, dann von hier aus, dann nochmal drauf gesteckt auf zwei Pins, dann hält das. Und hier die Flügel, die sitzen auch alle fest, da bewegt sich nichts, also auch alles top. Und dann kommen nur noch die zwei Seitenelemente drauf, da haben wir, wenn wir mal von unten gucken, steht jetzt. Zwei Panels in der Mitte mit diesen, keine Ahnung, wie die Teile heißen, das sind 3x3 lang mit vielen Pinaufnahmen dazwischen. Außen sind Viertelpins dran, da kommen dann die Fliesen drauf und hier, gucken wir jetzt mal von hier, wieder diese Slopes. Und von oben nochmal Liftarme drauf, die auch wieder Fliesen haben und dann wird das einfach nur seitlich dran gesteckt. Ja, und dann ist das auch schon wieder fertig und wir haben, hoppala, ach nee, eine Sache noch hier hinten, das wackelt aber auch wieder, weil es nur auf dem Pin sitzt. Das sind hier diese, ja, von der Lenkung als Kühlung angedeutete Riffelsteine und die sitzen dann hier auf einem Pin drauf, den ich von hier aus gerade schlecht sehe, so. Und dann dreht man sich das so, dass das in die Luftaufnahme der Seite so reingeht. Ja, Abschnitt 6 ist damit dann auch fertig. Wir sind auf der Zielgeraden, Schritt Nummer 7 ist fertig, fehlt also nur noch der 8te und, ja, er nimmt wirklich schon Form an. Es wurden vier Sachen gebaut, wenn man es so möchte. Die Frontklappe, das Dach und die Scheibe, die Türen und hinten ein großer Heckdiffuser. Das Dach ist abnehmbar, daher fangen wir damit mal an. Simpel aufgebaut, Panels, Liftarme, Panels außen dran, das Ganze über ein paar Konnektoren verbunden. So, sind sie auch richtig. Kann ich mich, ja, nichts Wildes. Vom Weiß her passt alles, also, ihr seht, da setzt sich jetzt nichts irgendwie gravierend ab. Einzig wieder, hier, die Konnektoren mit Achsaufnahme sind wieder ein Tick heller. Aber, wie so oft, ich weiß nicht, warum die das Material, das ist ja, weiß ich nicht, ein bisschen weicher ist oder es ist jedenfalls ein anderes Material. Die weichen ziemlich oft in der Farbe ab. Hier sind sie Gott sei Dank nirgendswo sichtbar verbaut. Von daher, ja, das wird dann hier einfach nur oben auf die zwei Achsen drauf gesteckt und liegt dann hier noch auf dem, ah, ja, Bogen vom Dach. Das hier ist quasi A-Säule und hier nochmal, ja, Scheibe angedeutet und der Ring hier. Viele Konnektoren, Achsen dazwischen, hier sind Distanzstücken drauf und dann wird das hier auf drei Achsen drauf gesteckt und das auch erledigt, also auch nichts Wildes. Die Frontklappe, der Unterbau, viele Konnektoren, damit man dann hier die Winkel nach oben hinbekommt, aber jetzt auch wieder nichts Wildes. Liftarme, Distanzstücken, Panels. Ich meine, wer einmal so ein Auto gebaut hat, man kriegt es dann einfach hin. Einzige Sache ist, da hebe ich ihn mal an und klappe ihn an, dass ihr das besser seht. An der Stelle seht ihr das, dass der Konnektor nicht komplett in dem anderen drin ist, sonst passt es nicht mit den Pins. Da muss man ein bisschen gucken, dass das genau hinhaut, aber das ist jetzt auch eigentlich nur das Einzige, was mir aufgefallen ist. Ansonsten, ach, das wollte ich die ganze Zeit schon sagen, passt bei den Zweier-Lüftarmen auf. Da gibt es drei verschiedene Sorten, Pin-Pin, Pin-Achse, Achse-Achse und teilweise alle drei in einem Bauschritt und die liegen dann auch teilweise in der gleichen Tüte. Nicht, dass ihr euch da irgendwann mal vergreift und euch wundert, warum später ein anderer fehlt. Immer hingucken, was genau gebraucht wird. Ja, dann wird die Frontklappe auf zwei Achsen drauf gesteckt und vorne auf den Hebemechanismus verbunden mit einem Zweier-Lüftarm auf Pin und Pin ohne Friction. So rum. Anklappen geht auch, machen wir am Ende. Dann haben wir hinten den Diffusor, von dem ich gerade gesprochen habe. Das sind immer Slopes. Drunter sind Plates drauf und das sitzt dann auf Viertelpins, die hier auf der Unterkonstruktion hängen. Und hier haben wir nochmal schwarze Pendels an der Seite. Sitzt relativ straff, also man kann da auch das komplette Gewicht und der wiegt nicht wenig hoch und runter. Da fällt jetzt nicht so schnell was ab. Von daher, das passt. Ja, da war jetzt, wie gesagt, nicht wirklich was Wildes dabei. So, und dann kommen wir zu den Türen. Hebel ist in der Mitte. Und ich fange jetzt mal an zu leiern. Das dauert eine Weile. So, und da seht ihr schon, wie die runterfällt. Hier ist Spiel drin. Wenn man die Achse, auf der das Ganze sitzt, richtig festdrückt, wo ist sie, hält es besser. Aber ihr seht hier, es ist Spiel, die Zahnräder oder so. Ich bin eigentlich der Meinung, dass ich mich nicht verbaut habe. Aber zumindest der Mechanismus an sich, so die grobe Idee dahinter, die funktioniert. Sie fahren erst raus und klappen dann langsam hoch. Aber es dauert eine Weile. So, jetzt sind wir am Anschlag. Weiter können wir nicht drehen. Und der Rest ist halt das, was ich gesagt habe, das Spiel der Zahnräder und alles. Liegt hier, wo sieht man es am besten? Genau da. Die Zahnräder, die hier auf den großen Kranz übergreifen. Da ist halt Spiel drin. Auch hier wieder da, ehe die Zahnräder greifen, das summiert sich dann auf, dass man hier so dolle wackeln kann. Und dadurch kann es sein, wenn sie richtig oben sind, so, dann passt das. Und wenn man jetzt, jetzt drehe ich es mal wieder runter und dann seht ihr gleich, dass die dann irgendwann absacken. Jetzt habt ihr gesehen, wie sie ein Stück runtergesackt sind und wieder. Und jetzt, zack, war es das letzte Stück. Und das hat jetzt den Nachteil, dass sie nicht richtig reinfahren, sondern man muss sie dann hier kurz anheben, dass sie dann in Position sind. Schön ist, wie die Spiegel beim Hochfahren, wer nicht darauf geachtet hat, spult nochmal kurz zurück, die klappen mit ein und klappen beim Runterfahren wieder mit auf. Weil sich der Axtpin, der dreht sich halt mit. Finde ich ganz nett. Ansonsten auch hier die Formgebung. Ja, hier ist nicht ganz gerade. Aber auch das, wie die Aerodynamik vom Original halt ist, dass das alles so aufgegriffen ist. Ich finde es nett. So, und dann haben wir natürlich noch den Klappmechanismus hinten. Damit ich jetzt aber nicht so viel leiern muss, habe ich mir hier mal einen Kader-Mikromotor besorgt. Und dann soll man eigentlich, ich habe das Zahnrad jetzt dummerweise gar nicht hier. Hier ist ein großes, orangenes Zahnrad mit einer Achse, soll man hier hinten reinstecken. Ich muss jetzt mal von oben gucken, wo ich hier rein muss. Oder wir können es aber von hinten hier. Da ist der Konnektor. Dann stecken wir das drauf. Ich mache jetzt mal die Akkubox an. Ansonsten müsstet ihr anfangen zu leiern. So, Motor festhalten. Und... Ihr seht, vorne kommt es langsam hoch. Hinten auch. Der Mikromotor hat ganz schön zu kämpfen. Aber er schafft es. So, und jetzt sind wir am Anschlag. Vorne Klappe offen. Hinten wäre jetzt auch die Klappe offen. Und dann leiere ich das Ganze jetzt mal wieder zurück. Und ihr seht, selbst mit Motor dauert das ein Stückchen. Wenn ihr das mit Hand macht, könnt ihr halt wirklich so 20 Sekunden leiern. So, und dann ist das Ganze fertig. Es funktioniert also. Wie gesagt, alle Funktionen funktionieren irgendwie. Ob sie richtig funktionieren oder nicht, kann halt auch an meiner Bauweise liegen. Dass ich vielleicht doch irgendwo, gerade hier bei den Türen oder so, dass ich da irgendwas nicht richtig fest gedrückt habe oder so. Und auch mit der Lenkung. Ich sage mal, achso, wir haben ja gerade keinen Gang drin. Klick. Nehmen wir das Dach nochmal ab. Klick und Klick. Jetzt sollte definitiv wieder ein Gang drin sein, bei dem das Hinterrad mit lenken sollte. Habt ihr gesehen, es zuckt wieder so ein bisschen. Zuck. Zuck. Aber gut, es ist auch wohl minimal, dass die Hinterachse mit lenkt. Vielleicht ist das auch gewollt, dass das so wenig ist, dass das nur so ein kleines Zucken in beide Richtungen ist. Aber gut, ich baue ihn jetzt mal fertig. Dann gucken wir mal, wenn er auf Rädern steht, wie das Ganze dann funktioniert. Und ja, ich melde mich dann gleich zurück. Da ist er fertig. Letztendlich, es war ein riesen Bauschritt, nämlich die komplette Heckklappe. Und okay, der Spoiler, der war extra. Der wird dann hier einfach nur auf zwei Achsen drauf gesteckt, beziehungsweise hier noch mit Gummi-Liftarm auf einen Pin gesteckt. Aber letztendlich halt, das war eine Klappe. Um euch die zu zeigen, holen wir mal. Ich habe jetzt übrigens umgeschwungen auf XL-Motor, denn der Mikromotor hat es nicht geschafft. Der L-Motor hat es auch ganz schön zu wirken gehabt. Also, nehmen wir diesmal zum Zeigen einen XL-Motor. Der hat genug Kraft, um das Ganze auch hochzudrücken. So, einmal an. So, und jetzt. So, jetzt haben wir das Ganze mal aufgefahren. Und dann können wir das nämlich viel besser angucken. Erstmal so von oben. Na, legen wir es mal so hin. Oh, Spiegel abgegangen. Ei, ei, ei. So. Geht los hier mit diesem inneren Teil. Nichts Wildes. Panels und Liftarme außen dran. Und dann kommen hier noch Konnektoren seitlich dran. Für den Spoiler später. Und dann baut man einmal dieses lange Element hier. Oder ich zeige es mal hier unten. Das. Und hat dann oben gespiegelt das Gleiche. Das wird von unten an Liftarme, die hier noch drunter hängen, drangesetzt. Soweit alles kein Problem. Was dann kompliziert wird, sind hier diese Reihen an Konnektoren. Denn, wie zeige ich es euch am besten? Hier unten drunter. Dieser ganze Mechanismus, das lässt sich halt alles so ein bisschen bewegen. Und dann das so zu drehen, dass man dann hier den Konnektor verbinden kann. Da muss man ein bisschen überlegen. Also ich hatte da wirklich bestimmt zwei Minuten gesessen. Bis ich es dann richtig so gedreht habe, dass es dann zusammenpasst. Aber, wenn es dran ist, sitzt es straf, wackelt nicht mehr und das passt alles. Dann wird das Ganze hier am Überrollbügel auf zwei Pins gesetzt. Und, wo haben wir es? Hier oben mit Axtpins ohne Friction verbunden, dass das Ganze dann hoch und runter klappen kann. Hier seht ihr ja die Aktuatoren. Die fahren dann einfach nur hoch und runter. Beziehungsweise ein und aus und ziehen so die Klappe hoch und runter. Der Spoiler. Hier, auch nichts Wildes, haben wir halt, machen wir es mal mittig. Das Pendel in der Mitte. Dann kommt außen hier das Pendel dran mit einem Liftarm. Soft Exits für die Formgebung. Wobei die hier ziemlich kurz sind. Also die hätten eigentlich eins länger sein können. Ihr seht es. Die hängen ja wirklich nur minimal in der Achseaufnahme drin auf beiden Seiten. Ja, da muss man es halt wirklich genau mittig sortieren, dass es dann passt. Und außen die Soft Exits, die passen dann wieder hervorragend. Steckt man einfach hier rein und sitzt dann hier unten fest drin. Ja, und dann wird es hier auf die Achsen drauf geschoben. Der Gummiliftarm hier drauf. Und dann sitzt das auch relativ fest. Also was heißt relativ? Es sitzt fest. Ja, und dann ist er fertig. Die Funktion, habe ich euch gezeigt, funktioniert ohne Probleme. Außer, dass man da ganz schön leiern muss. Beziehungsweise wenn man es, so wie ich hier, faul per Motor mal hoch und runter fahren will, sollte man einen relativ starken nehmen. Ne, doch, so rum war richtig. Und ihr seht, selbst mit dem Motor dauert das ein bisschen, ehe der dann komplett runter gefahren ist. Aber, zack, es sitzt genau so, wie es sitzen soll. Ziehen wir jetzt mal hier wieder ab und packen es zur Seite. Es schließt hier. Vorne ist das nicht ganz so. Da schlägt es hier mal auf. Da muss man ein bisschen reindrücken, dass das dann hier nicht so eine grobe Kante hat. Ich sage mal, wenn es offen ist, sieht es so aus. Und wenn man es dann reindrückt, dann kriegt man hier eine flüssige Kante hin. Das funktioniert also ohne Probleme. Das mit den Türen, hatte ich euch ja schon gesagt, dass die ein bisschen Spiel haben. So, jetzt sind die Räder dran. Und ihr seht, die Hinterachse, die Back to Center, der Mechanismus, um es in der Mitte zu halten. Das reicht nicht, wenn ich jetzt hier einfach mal lenke und fahre. Ihr seht, die Hinterachse schlägt ein, obwohl es nicht in dem Modus ist, dass die mit lenken soll. Also die ist halt zu weich. Ja, von daher, ich kann es verstehen, warum es da keine motorisierte Variante von gibt. Weil ich glaube, die Hinterachse würde das Ganze ziemlich durcheinander bringen. Also mit dem könnte man, glaube ich, nicht fahren, weil die ein bisschen zu weich ist. Ansonsten habe ich ja noch gesagt, hier sind ja die Flügel drunter. Wie stellt man die denn ein? Ich habe dann in der Anleitung, wird es am Ende beschrieben. Man soll das Rad abnehmen. Dann kann man da hinten eine Achse hier wieder mit so einem Dings, wie heißt das, Zahnrad reinstecken und drehen. Aber ehe ich das Rad abgenommen habe, klappe ich das einfach hoch und drehe hier an den Zahnrädern. Und dann, es ist ja auch minimal, es soll ja halt nur ein bisschen sein. Wer es ein bisschen doller möchte, kann natürlich hier dran biegen und dann die Gummilüftarme, auf denen das sitzt, quasi ein bisschen dehnen. Dann gucken sie weiter raus. Aber letztendlich, das ist ja auch mehr so ein Spaß, sage ich mal. Aber es funktioniert, nur man kommt halt so wesentlich schneller ran, als dass ich hier das Rad abziehe, um dann dahinten irgendwo die Achse reinzustecken, um das zu drehen. Naja, das ist irgendwie nicht ganz zu Ende gedacht, finde ich. So, Motor dreht übrigens auch mit, wenn ich fahre. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Es funktioniert alles irgendwie nicht ganz perfekt. Aber, was hier an Technik drin steckt, das, nee, ich kenne keinen, der P1 von Bruno soll wohl auch ziemlich techniklastig sein. Den habe ich hier zwar liegen, aber noch nicht gebaut. Das werde ich vielleicht irgendwann mal, wenn ich gerade keine neuen Sets habe, dass ich den mal angehe und baue. Aber ansonsten, ich habe zumindest bisher kein Set gebaut, was auch nur ansatzweise so viel verschiedenste Technik drin hat, wie der, zumal hier auch vieles Neues ist. Ich sage nur, die Schalteinheit, hier der kleine Kasten von Kada, ist neu. Es gibt Vierer-Pins, neu, kannte ich so auch noch nicht. Von daher, das ist schon ein Bauwert. Über die Optik lässt sich streiten. Prinzipiell, so mal kurz meine Meinung noch, die Formen sind alle richtig. Also jetzt von der Linienführung. Nur die Proportionen passen, in meinen Augen nicht ganz. Also, der wirkt irgendwie pummelig. Ich weiß nicht, warum. Beste Beispiel hinten. Die Form, wenn wir uns den jetzt hier mal so angucken. Die Form und alles, das passt, es müsste halt irgendwie weiter auseinandergezogen sein. Und was mir auch aufgefallen ist, oder was ich finde, das hier ist halt zu wuchtig. Das ist beim Original sehr schmal. Beziehungsweise, vielleicht sind es auch einfach die Räder, die zu klein sind und das hier halt so viel Platz ist. Jetzt, apropos Federn, äh, Reifen. Er federt. Hinten minimal, weil knüppelhart. Aber er würde theoretisch federn. Funktioniert also auch, er sackt nicht ein. Wir haben genug Bodenfreiheit, das passt alles. Gut. Achso, eine Sache noch. Die muss ich jetzt mal hier kurz reinschneiden. Ich habe 30 Dreierpins ausgetauscht und 40 Achspins. Gerade hier am Heck würde man sonst ständig blaue Punkte sehen. Hier an der Heckklappe, da gingen massiv schwarze Pins rein, damit der nicht im Blau leuchtet. Und es hat mir ein weißer Fünfer-Liftarm gefehlt. Es sind massig Teile übrig geblieben, unter anderem auch Fünfer-Liftarme in schwarz. Eine Feder ist übrig geblieben für den Schaltmechanismus. Da sind diese roten Klammern ein paar übrig geblieben. Haufen Pins, Achsen, ein paar Zahnräder. Aber wie gesagt, ein weißer Fünfer-Liftarm hat mir gefehlt. Und ja, gut, wir sind durch mit dem Aufbau. Von daher, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen da lassen oder ihr abonniert noch meinen Kanal. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder, wenn es heißt Kröme baut. Tschüss.